Diktatur, 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 Diktatur! Freunde, ich stehe noch unter dem Eindruck der Demonstration gestern in Berlin, die alle meine Erwartungen noch übertroffen hat. Es war großartig. Hunderttausende, vielleicht mehr als eine Million Menschen haben gegen den Irrsinn der Corona-Politik und überhaupt gegen den Irrsinn protestiert, der für immer mit dem Namen Merkel und ihrer Regierungszeit verbunden sein wird. Und so sehr sich die Staatsmedien bemühen, die Teilnehmerzahl kleinzurechnen und den Demonstranten die abgenutzten Etiketten von Corona-Leugnern und Rechtsextremisten anzuheften, sie können den Erfolg dieser grandiosen Demonstration nicht aus der Welt schaffen. Es war eine Demonstration, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben, vergleichbar nur mit der ersten offiziell gestatteten Protestdemonstration in der DDR, als am 4. November 1989 eine Million Bürger auf dem Alexanderplatz den Abgesang auf die Staatspartei SED feierte. Dieser 1. August 2020 ist eine Ermutigung, die noch lange anhalten und noch länger nachwirken wird. Aus ganz Deutschland kamen wir zusammen freiwillig und auf eigene Rechnung, ganz ohne staatliche Werbung oder Zuschüsse. Und es war eine Demonstration, wie sie friedlicher nicht sein konnte. Hunderttausende zogen über Stunden durch die Innenstadt und nicht ein Verkehrsschild und nicht eine Glasscheibe nahm Schaden. Ganz anders als bei den von den Medien so wohlwollend gefeierten antirassistischen Protesten am 6. Juni 2020 in Berlin. Da gab es Ausschreitungen und mehr als 90 Festnahmen. Gestern kam niemand auf den Gedanken an eine Sachbeschädigung oder gar an Gewalt gegen Andersdenkende. Auch auf den Transparenten und in den Slogans des Tages stand der 1. August 2020 in der Tradition des 4. November 1989. Mit den Rufen Freiheit und Frieden, Widerstand und Wir sind das Volk haben wir nichts anderes gesagt als Wir verteidigen das Grundgesetz. Der 1. August 2020 hat es aller Welt vor Augen geführt. Unser Potenzial ist gewaltig. Und nichts ist stärker als ein selbstbewusstes Volk. Die Auflösung der Abschlusskundgebung ist eine Schande. Aber sie hat auch ihr Gutes. Sie ist eine Demaskierung. Und das hat kaum jemand deutlicher gemacht als die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken, die noch gestern Abend auf Twitter Folgendes schrieb. Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle. Ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit. Sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft unverantwortlich. Für die gewalttätigen Proteste zwei Monate zuvor, bei denen Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen wurden, fand sie ganz andere Worte, nämlich Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa Solidarität für Black Lives Matter und protestieren friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt Danke. Wenn es zutrifft, dass Thorsten Schulte oder andere der absolut friedlichen Demonstranten am 1. August 2020 in Gewahrsam genommen wurden, dann wäre es eine Schande. Mir wird das Bild der von martialisch ausgerüsteten Polizisten abgeriegelten und besetzten Bühne unvergesslich bleiben. Es ist ein Symbol dafür, wie weit sich das Establishment der Bundesrepublik vom Volk entfernt hat und damit auch von echter Demokratie, die ja übersetzt Volksherrschaft heißt. Stellen wir uns einen Moment vor, die AfD wäre der parteipolitische Arm der Demonstration vom 1. August gewesen. Wie lange würde sich die Regierung Merkel noch im Amt halten können? Aber obwohl gestern auch viele AfD-Mitglieder unter den Demonstranten waren, kam die AfD als Partei nicht vor. Und das ist zweifellos zuerst einmal das Ergebnis jahrelanger Diffamierung bis hin zur Instrumentalisierung der Verfassungsschutzbehörden. Aber dass wir im Käfig stecken, hat auch mit eigenen Defiziten zu tun. Denn ebenso falsch wie Anpassung an den Mainstream der Staatsparteien und ihrer eingebetteten Medien sind Unversöhnlichkeit und Rechthabberei. In diesem Sinne gilt Bismarcks Wort, Prinzipien haben heißt, mit einer Stange quer im Mund durch den Wald zu laufen. Wer sich mit Bismarck beschäftigt, weiß, dieser Satz hat nichts mit Gewissenlosigkeit zu tun, sondern ist eine Absage an kleinliche Rechthabberei, von der es in der AfD reichlich gibt, und zwar in allen Strömungen. Aber Rechthabberei und Selbstgerechtigkeit sind ganz und gar nicht angebracht. Haben wir ein AfD-Fernsehen? Haben wir ein AfD-Haus? Haben wir eine Demonstration von nur annähernd der Dimension des 1. August 2020 zustande gebracht? Nutzen wir den 1. August 2020 auch dazu, um in der AfD unsere Maßstäbe zu korrigieren und destruktiven Streit zu beenden. Es geht nicht um Kleinkram, es geht um unsere Zukunft. Die AfD braucht starke Flügel und das Land braucht eine echte Alternative zu den Parteien, die dabei sind, nach Art der SED in Deutschland eine Fassadendemokratie zu installieren. Weltanschauung. Weltanschauung. Vielen Dank.